Hallöle und herzlich willkommen zur Softwaretechnik Vorlesung. Heute zum Thema Compiler. Wir werden uns angucken, was Compiler so machen. Das sind im wesentlichen statische Analysen und wir werden uns angucken, was Compiler für eine Rolle im Software Engineering haben. Dazu kurz die Einstimmung. Was haben wir in den letzten Vorlesungen besprochen? Wir haben uns Software Evolution angeguckt. Das heißt Software Evolution. Wie entwickelt sich Software über die Zeit weiter? Wir haben uns angesehen, was ist Software Maintenance? Also was sind Wartungsaufgaben für Software? Wir haben ja nicht so wirklich Verschleiß, aber wir haben trotzdem Aufgaben, die im Betrieb zu tun sind, damit die Software eben weiterlaufen kann. Und in der letzten Vorlesung haben wir uns dann angeguckt, wie man beides vereinen kann, durchführen kann technologisch mit Hilfe von Konversionsmanagement. Und wir werden heute das ganze verbinden, diese ganzen Themen, weil die Weiterentwicklung eben viel Werkzeugunterstützung braucht und wir werden da die Compiler und statischen Analysen heute als Gegenpol zum Thema Testen etwas genauer unter die Lupe nehmen. In der Vorlesung gibt es drei prinzipielle Teile. Im ersten Teil möchte ich euch ein bisschen näher bringen, was eigentlich die wichtigsten Sachen sind, die ihr über Compiler wissen solltet, über Compiler-Bau. Wie entstehen die eigentlich? Wie sieht so die Architektur von einem Compiler aus? Und da kann man sich fragen, warum ist das wichtig? Also wer will schon Compiler selber schreiben? Naja, tatsächlich ist es aus Anwender-Sicht sehr interessant. Das heißt, ob man jetzt programmiert oder ob man Teams anleitet, ist es gut, zumindest ein grobes Verständnis von Compiler-Bau zu haben. Und das möchte ich euch hier geben. Darauf aufbauend, auf diesen Grundlagen für Compiler, möchte ich euch im zweiten Teil so typische Missverständnisse, typische Fehleinschätzungen von Programmierern beibringen, nahe bringen, die mir in meiner Laufzeit immer mal wieder begegnet sind und möchte euch da an der Stelle sozusagen ein bisschen was mit auf den Weg geben. Was können wir sozusagen aus dem ersten Teil aus Compilern alles lernen für die Entwicklung in der Praxis? Und im dritten Teil gucken wir ein bisschen über den Tellerrand. Was ist eigentlich die Einbettung von diesem Compiler-Bau, von diesen statischen Analysen? Was hat das eigentlich mit Test-Driven Development zu tun? Und was ist eigentlich Design by Contract? Und wir werden sehen, da gibt es tatsächlich ein paar Parallelen zu eben statischen Analysen. Gut, dann im ersten Teil soll es also um ein paar Grundlagen gehen. Grundlagen für Compiler und da gab es im letzten Jahr ein besonders Ereignis oder sozusagen eigentlich in diesem Jahr erst, nämlich der 2020 Turing Award wurde vergeben und interessanterweise eben zum Thema Compiler-Bau. Die Informatik ist relativ groß und somit wurde der Compiler-Bau, die Programmiersprachen als allgemeines Gebiet für Forschung, Lehre, aber auch in der Praxis sozusagen gewürdigt und dessen Bedeutung. Der Turing Award ist gegangen an Alfred Aho und Jeffrey Uelman und die beiden sind vor allem dafür bekannt, dass sie eben einerseits bei den frühen Entwicklungen zu Compilern, zu Compiler-Bau Forschung in dem Bereich betrieben haben, aber vor allem auch haben sie Bücher veröffentlicht, Lehrbücher, die heute oder die schon Millionen, ist vielleicht übertrieben, aber hunderttausende Studenten tatsächlich im Studium benutzt haben, gelesen haben und darin etwas über Compiler-Bau gelernt haben. Und insbesondere hier eben das sogenannte Drachenbuch, was hier auf der rechten Seite zu sehen ist, was ein, ja, das Nachschlagewerk auch heute immer noch ist. Es gibt inzwischen neuere Versionen von dem Buch, aber was sozusagen immer noch die Grundlagen beschreibt im Compiler-Bau. Und ich habe deswegen damit eingeleitet, damit ihr seht, erstmal, es ist tatsächlich, hat einen aktuellen Bezug auch, dadurch ist eben dieses Thema Compiler-Bau tatsächlich erst kürzlich gewürdigt wurde. Und damit ihr auch seht, das ist, ja, hat sozusagen auch einen gewissen Stellenwert tatsächlich, weil der Compiler-Bau für viele der Entwicklungen, die heute möglich sind, tatsächlich der Compiler-Bau die Grundlage ist. Ja, also wie Compiler, wie komplex sozusagen Compiler funktionieren und dass man sie trotzdem meist relativ ohne großes Vorwissen benutzen kann. Das ist eben eine große Magie für sich und kann, er hilft eben sozusagen viel bei der Softwareentwicklung. Dazu eine kurze Wiederholung. Wir hatten schon eine Vorlesung zu Implementierungstechniken und da habe ich euch schon mal so ein bisschen historischen Abriss gegeben. Ja, was waren so Meilensteine und wir haben da zum Beispiel darüber gesprochen, dass es mit Assembler-Sprachen das erste Mal eine Unterscheidung gab zwischen eigentlich der Sprache, die der Entwickler schreibt und einer Sprache, die die Maschine liest später oder die Maschine versteht. Allerdings gab es da bei Assembler-Sprachen immer noch eine 1 zu 1 Übersetzung und dann haben eben Compiler und Interpreter dazu geführt, dass man tatsächlich diese 1 zu M Beziehung hat. Das heißt, eine Zeile, eine Instruktion in der Hochsprache führt uns sozusagen zu vielen einzelnen Instruktionen im eigentlichen Maschinencode oder eben Objectcode, also Zielcode. Und dazu noch ein Begriff, der jetzt dann relativ wichtig für uns wird in der heutigen Vorlesung und insbesondere auch im zweiten Teil der Vorlesung, nämlich wir sprechen auch von Hochsprachen oder Englisch High Level Programming Languages und das bedeutet eben, dass ein einzelnes Statement in eine Vielzahl, in eine hohe Zahl von Einzelinstruktionen zerlegt wird durch einen Compiler, die dann eben die Maschine versteht. Darüber hinaus hatten wir auch so einen Abriss uns angesehen über Programmiersprachen, da will ich jetzt gar nicht noch mal so im Detail darauf eingehen. In der heutigen Vorlesung werden wir das meiste uns angucken anhand von Java, das heißt einfach objektorientierte Programmierung, aber viele der Sachen haben auch einfach mit Methodenaufrufen allgemein zu tun oder der Speicherverwaltung. Das heißt, da lassen sich eben auch viele Erkenntnisse davon, gerade auch aus dem zweiten Teil der Vorlesung, eben dann übertragen auf andere Programmierkonzepte. Dazu erstmal, ich habe das eben schon so benutzt, Compiler, Interpreter, was ist eigentlich der Unterschied? Bei einem Compiler wollen wir eine Quellsprache hineingeben, wir haben Quelltext geschrieben, Englisch Source Code und wir wollen einen Zieltext bekommen, ein Zielcode. Der typische Fall ist, ich habe irgendwie Java-Code und ich möchte dann irgendwie Maschinencode zum Beispiel erzeugen, beziehungsweise das ist der Standardfall sozusagen bei C, C++, aber auch moderneren Programmiersprachen wie Go, Rust oder Swift, bei denen wir eben den eigentlichen Quelltext in Maschinencode übersetzen. Und jetzt gibt es aber auch Sprachen, die zwar kompiliert werden, aber nicht direkt in Maschinencode, sondern eine Zwischensprache, nämlich, und hier mal das Beispiel einfach mit Java-Byte-Code und der Java Virtual Machine. Es gibt eine ganze Reihe von Sprachen, die eben auf der Java Virtual Machine ausgeführt werden können, insbesondere Java, Groovy, Kotlin, Scala, Clojure und viele weitere. Das heißt, was macht der Compiler? Der beführt einen Text in einer Sprache in einen Text von einer anderen Sprache, deswegen reden wir auch von Übersetzung. Dann gibt es die Interpretation und an der Stelle wollen wir gar nicht in der Maschinensprache zwingend direkt irgendwie Quelltext oder Zielcode erzeugen und uns den angucken können oder ähnliches, sondern wir sind eigentlich daran interessiert, wir wollen Eingabedaten in Ausgabedaten überführen und damit wir das machen können, brauchen wir natürlich die Instruktionen, aber die Instruktionen sind eben nicht Maschinencode, wie es sonst der Fall ist bei einem fertig kompilierten Programm, sondern eben der eigentliche Quelltext. Und da gibt es viele Begriffe, die so in diesem Umfeld irgendwie mitschwingen, Skriptsprachen zum Beispiel, wo es häufig so ist, dass man eben den Quelltext nicht vorher kompilieren muss, sondern dass man den einfach ausführen kann. Beispiele sind Ruby, Python, Perl, PHP, MATLAB. Und einerseits können wir sozusagen den eigentlichen Quelltext interpretieren, es gibt aber auch Mischformen, nämlich bei der JVM ist es ja so, dass wir eben nicht im Maschinencode übersetzen, sondern in Java-Byte-Code und dass der Java-Byte-Code dann interpretiert wird. Das heißt, wir haben bei Java tatsächlich so eine Mischung aus Compilern und Interpretern und da kommen, das gucken wir uns auch gleich nochmal etwas genauer an. Mit dem Java-Byte-Code hat man eine Zwischensprache und was ist jetzt eigentlich mit diesen Zwischensprachen, wofür sind die da, warum macht man das? Naja, es gibt ein ganz einfaches Prinzip dahinter. Wenn wir uns Hochsprachen angucken, dann ist die Hochsprache der Quelltext, den wir schreiben, sehr weit weg von dem eigentlichen Maschinencode. Gerade eben dieser Aspekt, eine Hochsprache, wir haben viele einzelne Instruktionen, in die eine einzelne Instruktion aus der Hochsprache zerlegt werden muss für den Maschinencode und das heißt, da steckt ein enormer Aufwand dahinter, das Ganze einzulesen und rauszuschreiben und deswegen vereinfacht man sich diesen Prozess, dass man nicht für jede neue Sprache und jede neue Maschine das neu machen muss, führt man Zwischensprachen ein. Das Ganze funktioniert wie folgt und wir gucken uns das hier mal am Beispiel von Java an. Wir haben irgendwie n Quellsprachen und wir haben eine bestimmte Reihe von Maschinen, auf denen das ausgeführt werden soll und statt für jedes Paar aus Programmiersprache und Zielsystem einen Compiler zu erstellen, erstellen wir einfach einen Compiler, der das in Java Bytecode überführt und einen Compiler, der es von Java Bytecode dann entweder ausführen kann. Bei Java Bytecode haben wir dann tatsächlich in den meisten Fällen eher die Interpretation von dem Quelltext. Aber wir sehen, wenn man jetzt hier mal annehmen würde, wir hätten jetzt n Quellsprachen und m Zielsprachen, dann hätten wir n mal m Compiler zu schreiben und ihr seht, das skaliert eben nicht. Also wenn ich eine neue Maschine mache und ich muss für alle möglichen Programmiersprachen erstmal neue Compiler bauen, dann ist das viel zu aufwendig, neue Maschinen Sprachen hinzuzufügen, aber viel zu aufwendig neue Programmiersprachen hinzuzufügen. Der nächste Punkt ist von diesen Zwischensprachen, Englisch Intermediate Language, wie eben zum Beispiel der Java Bytecode, ist, dass die versuchen, einen guten Trade-off zu machen, nämlich einen guten Mittelweg, dass man nah genug an der Hochsprache ist und nah genug am Maschinencode, sodass sowohl die Übersetzung in den Bytecode als auch die Übersetzung zum Maschinencode später relativ einfach wird. Dazu ein bisschen was noch zum Hintergrund, wenn man, ich hatte auch so ein bisschen angeregt am Anfang mit den Schaukelbildern, Compiler haben wir irgendwie was mit Performance zu tun und natürlich haben wir eine Reihe von Eigenschaften, die gewünscht sind und wo wir sagen, also wir brauchen hier eine gute Performance, aber was heißt eigentlich Performance? Wir brauchen eine schnelle Ausführung, wir wollen natürlich geringen Speicherverbrauch haben und das sind so die klassischen beiden Themen. Natürlich kommt auch im Zuge des Klimaschutzes immer mehr der Energieverbrauch zustande, aber natürlich auch in puncto immer mehr mobile Geräte, das heißt wir wollen auch Energieverbrauch reduzieren. Wir wollen aber auch nicht beliebig große Binärdateien haben, ja also der Zielcode muss eben auch entsprechend klein sein und das hat natürlich ganz viele Aspekte, wenn ich eine Webapplikation habe und da gibt es gewissen kleinen Code, der muss runtergeladen werden, dann geht es halt darum, wie schnell kann ich mit der Webseite arbeiten, habe ich einen schnellen Start sozusagen. Wenn ich einen Download vorher mache für eine Desktop-Applikation, dann ist natürlich auch der Punkt, das soll jetzt nicht beliebig groß sein und dann haben wir natürlich ständige Updates und je öfter Updates notwendig sind, umso wichtiger ist es auch, dass es dafür eben nur kleine Binärdateien sind. Und jetzt ist das Interessante, all diese Aspekte sind sowohl interessant für den Compiler als auch für das kompilierte Programm. Wir wollen natürlich, dass der Compiler das schnell kompiliert, wir wollen da nicht fünf Tage darauf warten und dann sagt er uns, wir haben Semikolon vergessen. Wir wollen aber auch, dass das kompilierte Programm schnell läuft und genauso gilt das für all die anderen Aspekte, die ich eben genannt habe. Und deswegen ist es wichtig, zwischen zwei Sachen zu unterscheiden, wenn wir über Compiler sprechen, nämlich über die Compile-Zeit und über die Laufzeit. Compile-Zeit ist der Moment, wo wir für einen C, ein C++-Programm, den Compiler starten und den Maschinencode erzeugen. Wir werden gleich noch dazu kommen, es gibt da auch den Begriff Ahead-of-Time-Compilation, weil es mehrere Kompilierungsverfahren gibt, das andere werden wir gleich kennenlernen. Das heißt, um das klarzustellen, kann man da sagen AOT oder eben Ahead-of-Time-Compilation. Zur Laufzeit, was bedeutet das? Naja, wenn das Programm ausgeführt wird, wenn das Programm Daten bekommt, Eingabedaten, die verarbeitet und Ausgabedaten produziert, das ist zur Laufzeit. Und jetzt gibt es sozusagen Mischformen davon. Wir können schon klar trennen zwischen Compile-Zeit und Laufzeit, aber manchmal finden Compilier-Prozesse eben auch zur Laufzeit statt. Und das gucken wir uns jetzt etwas genauer an. Und zwar ist das bekannt unter dem Begriff Just-in-Time-Compilation und während es davon schon in den, ich glaube, 60er Jahren dazu im letzten Jahrhundert schon erst die Ideen gab, ist das doch das Thema, was irgendwie die Java-Entwicklungsumgebung mitgebracht hat und was da sozusagen dadurch promotet wurde und das erste Mal im großen Stil eingesetzt wurde. Just-in-Time-Compilation, was bedeutet das? Wir haben vielleicht schon was Vorkompiliertes. Ja, wir arbeiten hier bei Java, gucken uns gleich nochmal ein Bild an, irgendwie schon Java-Byte-Code. Allerdings wird er dann erst in Maschinen-Code übersetzt zur Laufzeit. Das heißt, man interpretiert den Code und übersetzt einzelne Statements und gibt die immer weiter und dann gibt es vielleicht Blöcke, wo man sieht, oh, das wird jetzt aber oft ausgeführt oder dass diese paar Zeilen, Quelltext fällt sozusagen relativ viel Ausführungszeit. Und dann wird dieser Teil mit Compiler-Optimierung, und da kommen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf, wird der quasi so optimiert und in Maschinen-Code besetzt, dass er eben deutlich schneller läuft. Und deswegen ist auch wichtig, wenn man sich mit einem Java-Programm oder mit irgendeinem Programm, was auf der JVM läuft oder generell mit Just-in-Time-Compilation, ist es wichtig, dass man die Warm-up-Phase mitbrüchstigt. Was bedeutet das? Ein Programm ist am Anfang relativ langsam, weil da noch Teile des Compile-Prozesses quasi parallel stattfinden und irgendwann tritt eine Sättigung ein, wo das Programm sozusagen einfach seinen schnellsten Lauf sozusagen erreicht hat. Das heißt, gerade wenn man so etwas wie Laufzeiten vergleicht und sagen will, ja, ihr macht das vielleicht später mal in der Bachelor- oder Masterarbeit, irgendwas auf der JVM und messt dann, ist das Verfahren schneller oder das Verfahren schneller, dann ist es ganz wichtig, diesen Warm-up-Effekt mit zu berücksichtigen. Und typischerweise rechnet man dann einfach eine bestimmte Zeit raus und sagt, erst ab sozusagen zwei, drei Läufen mit verschiedenen Daten nimmt man erst die Messergebnisse auf. Das heißt, was passiert jetzt im Einzelnen? Wir geben den Java-Source-Code rein, das können verschiedene Klassen sein, Packages und so weiter. Und dann haben wir Java C, was wir darauf aufrufen, den Java-Compiler, der Erzeugungs-Clust-Dateien. Und dann haben wir für die Java Virtual Machine tatsächlich zwei Eingaben, nämlich die Klassendateien und die Eingabedaten. Eingabedaten können also auf der Kommandozeile was getipptes sein, aber auch irgendwelche Dateien, die eingelesen werden und ähnliches. Was jetzt passiert ist, dieser Java-Byte-Code wird übersetzt im Maschinen-Code und das von dem Just-in-Time-Translator. Und dabei wird eben so vorgegangen, wie ich das eben schon erklärt habe, dass man eben erst mal nach einer direkten Übersetzung sucht und dann eben irgendwann auch versucht, gewisse Teile zu optimieren, damit die eben schneller laufen. Gut, und was da rausfällt dann, wenn der Maschinen-Code ausgeführt ist, sind natürlich unsere Ausgabedaten. Und deswegen sehen wir an der Stelle, das ist eine Mischform zwischen Interpretation und Kompilierung. Es wird nämlich zur Laufzeit noch was kompiliert. Und deswegen ist aber wichtig, dass wir trotzdem diese Begriffe trennen zur Laufzeit, zur Compile-Zeit. Hier wird Code zur Laufzeit kompiliert und das ist eben als Just-in-Time-Compilation bekannt. Gut, was ist jetzt eigentlich, wenn irgendwie in dem Programm was falsch ist? Da habe ich bisher noch überhaupt nicht von gesprochen. Ich habe einfach bloß vom Kompilieren nicht gesprochen. Jetzt kann es ja sein, gewisse Programme kann ich einfach nicht kompilieren, weil es da einen Fehler drin gibt. Und tatsächlich ist das auch als Fehler bekannt, English Error. Und es gibt allerdings noch eine Unterart davon, wo man dann häufig von Warnung spricht oder beim Java-Compiler würde da eben auch sagen, ich habe so und so viele Warnings für den Programmierer. Die Warnungen unterscheiden sich von den Errungen dadurch, dass ich bei einem tatsächlichen Fehler kann ich einen Teil des Quelltextes nicht erzeugen. Während bei einer Warnung im Prinzip der ganze Quelltext erzeugt werden kann, aber die Warnung deutet an, dass vielleicht in der Zukunft was nicht mehr kompiliert werden kann, wenn man so daran denkt, dass vielleicht eine Methode irgendwie depilcated ist und vielleicht gibt es die Methode bald nicht mehr in der Java-Library zum Beispiel. Oder aber auch, dass eine Warnung eben andeuten kann, oh, an der Stelle könnte es zur Laufzeit vielleicht zu Fehlern kommen. Und da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf. Jetzt gibt es eine Reihe von Fehlerarten und das hört man immer mal so irgendwo, ja, dann ist von lexikalischen oder Parser-Fehlern oder Typ-Fehlern, Laufzeit-Fehlern oder logischen Fehlern die Rede. Und um zu verstehen, warum man diese Unterscheidung trifft zwischen diesen Fehlerarten, was der Unterschied ist und was eigentlich ein Compiler davon erkennen kann und was nicht, wollen wir uns die Architektur von einem Compiler noch etwas genauer ansehen. Bevor wir das machen, hier nochmal kurz die Übersicht. Das heißt, wir ergänzen jetzt einfach unsere zwei Abbildungen für den Compiler und den Interpreter dadurch, dass wir sagen, wir haben eben nicht nur den Zielcode, wir haben nicht nur die Ausgabedaten, die erzeugt werden, sondern zusätzlich noch ein sogenanntes Analyseergebnis. Das heißt, im Compiler, im Interpreter findet eine Analyse statt und die gibt uns vielleicht in irgendeiner Form Feedback. Im Fall von Java ist es tatsächlich so, dass man die Analyseergebnisse im Wissen nicht vom Compiler erwarten kann und nicht vom Interpreter. Vom Interpreter können sozusagen auch noch Meldungen kommen, aber die meisten werden wir sozusagen vom Compiler schon bekommen. Es gibt allerdings Programmiersprachen ohne Compiler, viele Skriptsprachen und da haben wir die vielen Fehler und Warnungen sozusagen dann direkt vom Interpreter. Dazu nochmal eine kurze Wiederholung. Ich hatte schon angekündigt, wir wollen jetzt mal noch ganz kurz über die Architektur von einem Compiler reden und ein Compiler ist im Wesentlichen nach der Pipe-and-Filter-Architektur aufgebaut. Pipe-and-Filter-Architektur haben wir schon besprochen, als wir generell über Architekturmuster gesprochen haben und da ist die grundlegende Idee, naja, wir haben irgendwie verschiedene Schritte, die irgendwie passieren müssen und diese verschiedenen Schritte wollen wir vielleicht austauschen können, die wollen wir irgendwie modularisieren und wir wollen, dass die Daten einfach durch diese verschiedenen Komponenten fließen und dass wir eben sozusagen Filterkomponenten haben, die machen irgendwas mit den Daten und dann haben wir Pipes, Rohre sozusagen, die dann die entsprechende Filterkomponenten verbinden. Ein Beispiel dafür der Pipe-Operator und auch das hatten wir uns damals auf der Folie schon grafisch angesehen, dass man eben sagen kann, ich habe hier eine Anwendung und die Anwendung kann eben einlesen von der Tastatur, kann aber auch Ausgaben machen und ich kann dann zwei Programme zusammenstöpseln, indem ich sage, das was bei dem einen die Eingabe ist, wird für den anderen die Ausgabe oder umgekehrt. Gut, das soll dazu reichen, nochmal als kurze Wiederholung und wir gucken uns jetzt an, wie das für so einen Compiler aussieht. Im Wesentlichen haben wir Zeichenketten, nämlich Zeichenketten in unserer Quellsprache, in unserer Zielsprache. Das heißt, wir haben einfach eine Textdatei mit Zeichen drin vorliegen, da liegt unser Quelltext drin und wir wollen genauso eine Datei erzeugen, allerdings in der anderen Sprache, oft in einer low-leveligeren Sprache, also in der Sprache, die eben etwas weniger mächtig ist, etwas weniger oder etwas weiter weg von der Hochsprache. Das Ganze passiert typischerweise in zwei Schritten. Und zwar erst haben wir die Analysephase, die Analysephase, wir hatten eben auch den Begriff Analyseergebnisse, Analysis Result. Aus dieser Phase fallen tatsächlich Analyseergebnisse raus, sowas wie Fehler, Warnungen werden in dieser Phase produziert und dann haben wir eine Synthesephase und die erzeugt uns den eigentlichen Zielcode. Das heißt, erst versucht der Compiler das eigentlich zu verstehen, was ich da geschrieben habe und im zweiten Teil versucht er, das zu übersetzen. So und das heißt, jetzt ist die Frage, da hat man eine Reihe von Zwischenschritten. Bevor wir da reingucken, noch ein wichtiger Aspekt. Hier ist auf der Folie die Rede von dem sogenannten abstrakten Syntaxbaum oder englisch Abstract Syntax Tree und man liest ganz häufig diese Abkürzung AST. Und was bedeutet das? Naja, wir können einfach gut mit Algorithmen arbeiten, die unser Programm als Hierarchie verstehen, als Baum, der verschiedene Klassen enthält. In den Klassen gibt es Felder und Methoden, die hängen da irgendwie drunter und über den Klassen gibt es vielleicht noch Packages und genau das bildet dieser Syntaxbaum ab. Abstrakter Syntaxbaum sage ich gleich noch mal was zu, warum wo sozusagen das herkommt. Jetzt gucken wir noch mal in die Phasen rein. Die Analysephase zerlegt man tatsächlich in mehrere Stufen. Der Scanner sorgt erstmal dafür, dass aus diesen einzelnen Zeichen plötzlich Worte werden sozusagen, dass man verschiedene Worte hat und diese Worte nennen wir Token. Wer sich erinnert und da komme ich auch gleich noch mal drauf an theoretische Informatik, an verschiedene Sprachlevel und Grammatiken. Das ist sozusagen die unterste Stufe davon und es geht erstmal darum, überhaupt Worte zu finden. Das heißt, wir haben einzelne Zeichen und wir wollen jetzt erkennen, wo fängt ein Wort an und hört ein Wort auf. Der nächste Schritt ist der Parser und der Parser versucht jetzt aus diesem Stream immer noch, sozusagen eine Folge von diesen Tokens dann einen Baum zu erzeugen. Und je nach Compiler ist das dann entweder ein konkreter Syntaxbaum oder sogar schon ein abstrakter Syntaxbaum. Und im Wesentlichen interessiert uns, das ist eine relativ technische Unterscheidung, aber uns interessieren nicht mehr alle Details später. Das heißt, wir schmeißen ein paar Details weg und dann sind wir beim abstrakten Syntaxbaum. Gut, was wir dann darauf aufbauend machen, ist, wir machen eine Namens- und Typ-Analyse. Und jetzt kommt ein Aspekt hinzu, den wir vorher sozusagen nicht hatten bei den Analysen, nämlich dass wir plötzlich noch den Kontext sehen müssen. Wenn ich an irgendeiner Stelle einen Identifier finde, dann möchte ich für diesen Identifier wissen, ob der eindeutig ist, also ob ich vorher schon mal solche Identifier sehen habe. Und diese Frage, manchmal wollen wir, dass diese Identifier neu ist, wenn ich eine neue Variable anlege. Und manchmal wollen wir explizit, dass es diesen Identifier schon gibt, zum Beispiel wenn ich einen Methodenaufruf habe. An dieser Stelle wird es allerdings kontextabhängig. Das heißt, wir haben eine Analyse mit der Namens- und Typ-Analyse, die vom Kontext abhängt, wo es nicht reicht, wenn ich mir das kleine Element angucke, diesen einen Token oder diesen einen Teil vom Syntaxbaum, sondern da muss ich jetzt auch noch in andere Teile reingucken, um herauszufinden, an welcher Stelle der Name denn definiert ist, den ich da benutzt habe. Das ist natürlich deswegen wichtig, weil wenn ich das später übersetzen will, dann muss der Compiler ja sagen, an welcher Stelle im Speicher muss jetzt nachgeguckt werden, wo der Wert ist, wenn ich zum Beispiel einen Lesezugriff habe oder wenn ich einen Schreibzugriff habe, an welche Stelle muss dann der Wert geschrieben werden. Die Synthesephase, die English Synthesis, ist tatsächlich auch wieder ein Schritt, der in mehrere Phasen übersetzt wird. Und hier reden wir im Wesentlichen von zwei Phasen, nämlich vom Translator und vom Code-Generator. Und hier sehen wir als Zwischenkonstrukt die Intermediate Language, von der wir vorhin schon gesprochen haben, damit man eben nicht so viel Aufwand hat und eben sozusagen nicht den Code-Generator immer wieder neu schreiben muss, sondern eben den von einer Intermediate Language wiederverwenden kann. Das zum Aufbau. Jetzt noch ein kleiner Seitenhinweis, das ist glaube ich ganz interessant. Ihr habt da eine ganze Reihe von Lehrveranstaltungen im Studium und insbesondere technische Informatik und theoretische Informatik. Und heute in der Vorlesung möchte ich euch so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen denen, weil Compiler das auf eine ganz natürliche Art und Weise machen. Ich werde nämlich jetzt noch mal ganz kurz was zur Chomsky-Hierarchie erzählen und wir werden später auch noch Bezüge zur technischen Informatik sehen. Ich nehme an, dass ihr das im Studium schon hattet und wenn nicht, kann man sich da jetzt noch mal kurz irgendwie was auf Wikipedia oder irgendwo dazu anlesen. Ich werde das nicht im Detail erklären, aber die Chomsky-Hierarchie ist eine Hierarchie von Sprachen, die nämlich sagen, alles was ich mit einer regulären Grammatik ausdrücken kann, ist eine reguläre Sprache und diese verschiedenen Sprachfamilien, nämlich reguläre, kontextfreie, kontextsensitive und regursiv aufzählbare, das sind verspielende Sprachklassen, die jeweils eine Obermenge voneinander sind. Das heißt, für jede reguläre Sprache kann ich auch eine reguläre Grammatik aufstellen oder eben eine kontextfreie Grammatik oder eine kontextsensitive oder eine rekursiv aufzählbare. Und das Interessante ist jetzt bei Compilern, dass man von dieser Chomsky-Hierarchie sich vom Einfachen zum Schweren hangelt, dass man nämlich mit dem Scanning und Lexing erstmal in dieser regulären Klasse bleibt. Das heißt, man hat einfach reguläre Ausdrücke und die regulären Ausdrücke, ja, ihr kennt vielleicht reguläre Ausdrücke auch aus der Programmierung, wenn man irgendwie nach einem bestimmten irgendwas matchen will, zum Beispiel auf einer Webseite oder in irgendeinem Dokument, möchte man irgendwie eine Adresse finden, dann kann man da irgendwie einen regulären Ausdruck für nehmen. Das wird zuerst gemacht beim Scanning, beim Parsen, wo wir also den Token-Stream in einen Baum übersetzen, brauchen wir jetzt kontextfreie Grammatiken. Was sind kontextfreie Grammatiken? Das ist zum Beispiel so etwas, dass man eben sagt, ich habe ein Symbol, das steht bei mir für eine Klasse und eine Klasse kann aus Feldern, Methoden bestehen, in beliebiger Reihenfolge und vielleicht noch aus inneren Klassen. Das heißt, dafür hat man Regeln. Diese Regeln sind alle kontextfrei, weil man immer nur ein Element auf der linken Seite durch eine Reihe von Elementen auf der rechten Seite ersetzt, in der Grammatikregel. Und dann kommen die kontextsensitiven Analysen, wo wir also tatsächlich an anderen Stellen Sachen nachgucken müssen und die machen wir basierend auf dieser Baumdarstellung. Und das sozusagen als kleiner Seitensprung sozusagen zu dem Thema theoretische Informatik, wo ihr eben sehen könnt, was die Verbindung ist. Jetzt noch zum Thema Typsicherheit und Typkorrektheit. Das sind zwei Begriffe, die oft durcheinander geworfen werden und deswegen wollen wir die hier nochmal ein bisschen auseinander klamüsern. Erstmal, was ist ein Typ? Na ja, ein Typ charakterisiert gewisse Eigenschaften von Programmelementen. Was sind Programmelementen? Eine Klasse ist ein Programmelement, ein Feld, eine Methode und wir wollen zum Beispiel für ein Feld oder eine lokale Variable, wollen wir wissen, was kann die denn für Werte abspeichern? Für einen Ausdruck, den wir irgendwo angeben, wollen wir auch einen Typ haben. Wir wollen nämlich wissen, was können denn da für Werte entstehen bei diesem Ausdruck. Und für ein Objekt wollen wir vielleicht wissen, was hat das für Methoden und was haben die Methoden für Signaturen, damit man eben weiß, was man aufrufen kann. Und für den Compiler ist das natürlich ganz entscheidend, sowas zu berücksichtigen und überhaupt über diese Typen auch herauszufinden, welche Methode aufgerufen werden soll. Ein Typ Fehler und das ist eine dieser vielen Fehlerklassen, die ich vorhin angesprochen hatte, wird eben erkannt in dieser Namens- und Typ-Analyse und an der Stelle würde man eben erkennen, wenn sozusagen diese Regeln, die für diese Typen gelten, eben nicht eingehalten werden. Und typ-sicher gilt ein Programm, was eben zur Laufzeit nicht in solche Typ-Fehler laufen kann. Typ-Fehler kann zum Beispiel sein, ich habe irgendwie einen Identifier und der ist undefiniert oder ich habe eine Zuweisung, ich habe einen String und ich weise dem eine Zahl zu oder umgekehrt und die eine Richtung geht vielleicht, die andere nicht. Oder ich habe vielleicht einen Methodenaufruf und ich erwarte da ein Int und ich übergebe dem aber ein String und das ist für ihn erstmal int-kompatibel. Das sind alles Typ-Fehler und jetzt unterscheiden sich Sprachen da drin, ob man das zur Laufzeit erkennt oder zur Compile-Zeit und da kommen wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf. Da gibt es nämlich Statically-Typed-Languages, also statisch getypte Programmiersprachen. Das bedeutet, der Compiler findet bereits die Typ-Fehler und dynamisch getypte Programmiersprachen finden, sowas wie JavaScript zum Beispiel, finden eben diese Typ-Fehler tatsächlich erst zur Laufzeit. Das heißt, es kann sein, erst bei bestimmten Eingaben bekomme ich diese Fehlermeldung, dass gewisse Typen nicht zusammenpassen, während ich bei statisch getypten das eben schon beim Kompilieren schon vor der Ausführungszeit bemerken kann. Gut, jetzt ist die Frage, woran erkenne ich jetzt? Ist es jetzt Typ das Programm jetzt? Passt es zu den Typen? Und was man dafür macht, ist sogenannte Typ-Regeln aufstellen, wo man eben sagt, naja, wenn ich eine Zuweisung habe, dann muss eben der Typ, den ich zuweise, kompatibel sein in irgendeiner Form. Kann zum Beispiel ein Subtyp sein, aber kann ja alles aus einer Klasse, die irgendwie in der Vererbungs- Hierarchie irgendwie weiter unten liegt. Aber eben die Typen müssen eben irgendwie kompatibel zueinander sein. Wir stellen solche Typ-Regeln auf und die Summe aller Typ-Regeln ist das sogenannte Typ-System. Und ein Programm ist jetzt typkorrekt, nicht typ-sicher, sondern typkorrekt, wenn es all diese Typ-Regeln erfüllt. Und jetzt gibt es einen Begriff, der tatsächlich in der Literatur sehr unterschiedlich definiert wird, aber wir haben hier eine Definition in der Vorlesung, die relativ nah an der Programmiersprachen-Literatur ist, die sagt, eine Programmiersprache ist stark getypt, wenn jedes typkorrekte Programm, also was die Typ-Regeln erfüllt, auch typ-sicher ist. Also zur Laufzeit können nicht einfach noch Typ-Fehler auftreten. Und in der Praxis ist es tatsächlich so, dass wir da eher so einen Verlauf haben. Es gibt gar nicht so diese, nach dieser Definition, starke Typen, Programmiersprachen und schwachgetypten, sondern es gibt eher so ein Continuum dazwischen, wo wir eben Sprachen haben, die eben schon viele Typ-Fehler zur Compile-Zeit erkennen und Sprachen, die eben noch gar keine Typ-Fehler zur Compile-Zeit erkennen oder wo eben vielleicht noch gar nichts kompiliert wird vor der Laufzeit. Gut, in dem Teil der Vorlesung ging es also um Compiler und ich habe euch versucht, so ein bisschen die Fundamentals, so die wichtigsten Dinge über Compiler mitzugeben, also ein bisschen zu motivieren. Das ist wirklich ein stark gewürdigtes Thema, auch Compiler-Bau und Programmiersprachen. Wir haben die Unterschiede zwischen Kompilierung, Interpretation und Just-and-Time-Compilation besprochen. Wir haben über Compile-Zeit und Laufzeit gesprochen und Ziele von Optimierung und was die sozusagen mit diesen zwei verschiedenen Zeitpunkten zu tun haben und dann haben wir uns die Architektur von einem Compiler, Zwischensprachen und sowas wie Typsicherheit und Korrektheit etwas genauer angesehen. Was könnt ihr jetzt machen, um das Thema zu vertiefen? Ich würde euch empfehlen, dass ihr mal überlegt, was sind eigentlich die Chancen und Risiken von Hochsprachen. Also es ist so, dass es einen Trend gibt, dass Hochsprachen sozusagen immer mächtiger werden. Mit einem mit einem einzelnen Instruktion löse ich schon vielleicht hunderte, gar tausende von Instruktionen im Maschinencode aus. Und das hat Vor- und Nachteile und ich möchte, dass ihr da so ein bisschen drüber nachdenkt und das mal vielleicht diskutiert. Und es reicht auch, wenn da jeder vielleicht bloß ein oder zwei solche Argumente eben dafür oder dagegen für diese Hochsprachen liefert. Und es ist ganz gut, glaube ich, da so ein bisschen drüber nachzudenken, bevor wir in den nächsten Teil wechseln, weil da geht es dann tatsächlich um typische Missverständnisse in Bezug auf Hochsprachen. Und dafür ist es wichtig, so ein bisschen in diese Denkweise reinzukommen, was ist eigentlich gut und schlecht bei Hochsprachen für die Programmierung. Dann bis gleich! Dein 5 führt mich! In 203acious Schicksal.